hallo liebe freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen runde ist wir spielen auf der map und nutzen eine ak-74s mit kastanskop um wir versuchen gerade den malek abbott einzunehmen einen amerikanischen stützpunkt den die schweine eingenommen haben den versuchen jetzt einzunehmen und zu halten das dauert jetzt seine zeit seht ihr da oben den roten balken und ja wenn ich jetzt hier einfach mal eine schöne poste suchen und auf die scheiß tür hier eben wie gesehen habt die typen haben gerade schon versucht vom westen her unseren punkt einzunehmen aber mein rücken ist jetzt auch nicht gedeckt das ding ist weil warum ich das gerade erwähne aus dem westen kommen wir lässt sich unsere schlusspunkte und der typ gerade wollte unserem laufen das wird gerade nicht weiter eingenommen weil gegner scheinbar close ich brauche einen anderen punkt das ist scheiße habe keine rückendeckung und sterben will ich jetzt nicht von hier sehe ich auch nicht ich sehe es nicht so einfach ich glaube so geht das habe ich den rücken gedeckt und von dort kann mich keiner holen da müssen wir auch schon wieder gebäude wo die uns easy von besnipen können oh da steht noch beschuss ich wundere immer wenn das bild so anfängt zu flackern dann zu dem wird das sperrfeuer ja weiß nicht falls ihr meine anderen videos noch nicht gesehen habt oder squad an sich nicht kennt squad ist ein sehr realistischer taktischer shooter bei dem das besondere ist dass man dieses squad radio benutzt man wird immer man kann sich immer in den squad einteilen der ist meistens neun mann stark und dann nimmt man eine rolle ein marksman sniper grenadier oder was weiß ich und ich spiel grad ganz normalen rifleman mit scope halt und wir haben hier die karte der gelbe gedöns was sich da dreht das bin ich der amerikanische platter der punkt ist noch nicht uns ich weiß doch gerade nicht ja wir sind alle hier und so wir sollen den punkt halten und unser erstes objekt ist wo wir sind und ich warte jetzt eigentlich nur mal darauf dass sie immer versuchen uns zu pushen hier oben halten dass meine jungs ich kann leider auch nicht auf eine erhöhte position gelangen die land von nordösten beschossen möchte ich das jetzt mal nicht zeigen da oben sind gebäude man sieht das schon die radio antenne und die scheint sich da auf den häusern zu verschanzen ich habe jetzt auch keinerlei möglichkeiten irgendwie aus dem fenster rauszupfen so liebe freunde so liebe freunde wir sind zurück, wir rücken vor den ersten Posten, der erste Station wir sind gerade bei Highview Fields wir müssen zurück rücken weil die unsere kompletten Posten eingenommen haben wie auch immer die das geschafft haben scheinen uns echt krank flankiert zu haben die wird scharf geschossen ich weiß nicht wie weit die Feinde noch entfernt sind es scheint auf jeden Fall nicht allzu weit aber die scheinen echt gebashed zu werden von uns ich hoffe ich hoffe ich mal also stark umzündet wollte ich eigentlich sagen aber ok das Gebäude hier kommt mir ein bisschen gut hier vor folgen einfach unserem Squad Leader wir müssen schon wissen was er macht ein Soldat hat nämlich zu gehorchen aber wir brauchen ein bisschen ausdauern sonst kommen wir nicht vorwärts so let's go oh scheiße fuck Gott Leader ist down wir sind umzingelt oh Gott oh Gott fuck 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 keine Ahnung wo die Feinde sind so echt nicht einfach also wir sind direkt ran die Richtung ist der Compound das ist scheinbar eine Mini betreten so Anlaki hat einer echt eine richtig gute Granate geworden kann den einer mal wieder hochrollen den Boy ich würde ihm ja gerne helfen ah ok da ist schon eine Matic ran oh scheiß ich dachte ich hab ein bisschen ok wir rücken wir warten auf unseren Squad Leader und dann rücken wir weiter vor wir müssen scheinbar über diesen Berg hier und dann sind wir auch direkt da ok guys keep moving to the flag move 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 so wir sind am Riverbend ok wir sind in Cap-Range so try to take out wir müssen mal vorstet extremst vorsichtig sein oh shit what the fuck war das man weil die nutzen ja echt heavy shit man ok wir sind gut wo wo ok wir stehen unter der Schwe- wo 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 wir stehen unter der Beschuss thanks man ich sehe einer ich sehe einer we are under heavy attack da ist einer we are under heavy attack Ich weiß nicht ob der tot ist Ist da einer Ich glaube der ist down, haben wir erwischt Das ist natürlich auch aufpassen, man kann auch Sniper spielen und auf der Map hier eh Fuck 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 der Squad lead is down Ich kann ihm nicht helfen, ich bin kein Medic Muss der Medic übernehmen, ich weiß nicht von wo er beschossen wurde Ich werde aber auf jeden Fall gerade beschossen Medic Medic Ich weiß nicht von wo Fuck Armander Heavy Attack Nein Ich bin down Ah die kamen scheinbar wieder von hinten Dieser Berg ist ja auch die dümmste Posi So Freunde, ich bin wieder gespawnt Der Medic scheint sich geschafft zu haben mich wieder hoch zu holen Deswegen musste ich respawn Und hier wird schon wieder heftig geschossen Spreate hier einfach mal durch, damit meine Jungs da rüber kommen Da! Kontakt! Der ist down Amerikaner Macht sich alle weg! Erstmal nachladen das Baby hier Mal einen kleinen Screenshot geschossen, so Ich muss ja mal hin boy Wie jetzt mein Spot wieder? Ja wahrscheinlich erstmal das Beste war Boah wir sind hier Okay War echt unter Heavy Was der fuck ist das? Alter was geht da ab? Was waren das? Ist das ein Kreisel oder was wie so ein Feuerwerk? Holy moly Wo ist mein Leader? Ist da hinten, ich fühl mich grad ein bisschen verloren Kann ich in der Karte nicht mehr zoomen? Leise Sorry Okay rücken wir jetzt wieder vor Kann ja sein Ja Ready we go? Okay Den ersten Schusspunkt haben wir scheinbar erfolgreich eingenommen Okay Schießen wir da oben Schießen sie Schweine Da oben sind sie Scheiß Bäume man Decken wir die ganze Sicht Ich hab grad Bewegung gesehen oder? Ist irgendwie Hallus Ja Ich hab grad Hast du ein Visio auf dem Faden und Data 7 oder nur ein Gefühl? Full Squad Nord Full Squad Nord Auf den kleinen Bränden Auf den ersten Bränden auf den Nordseiten 50 Meter entfernt von uns Okay wir müssen extrem gut schießen Ja Zum Norden Okay Wir hätten definitiv von dort beschossen Aber wo sind sie? Ich seh sie nicht Fuck Alter Ich bin auf 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 Okay Nevermind Kontakt, Kontakt Dort stecken und Just Toll Das ist Schuss Wir sind Wo 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 ist sie nicht Ich sehe ich sie Ich sehe ich sie Ich sehe ich sie Wir sind Leider Netz Mark Wo ist sie einfach spawnen, du bist lustig ja, wir hatten... ja sie überrunten die readypoint, also wir müssen da spawnen hab ihn schwein sie ist in meinem Männer tot hey sie, die sind hier ich bin umzingelt überall feilen oh, der war schlecht hab ihn, down fuck, Alter, die sind immer noch hier das sind überall die Schweine du hast hier ein Löcher angekrochen hab ihn hab ihn nächster down oh, ne granate ne rakete ja, geh mein Freund, die sind überall ah, wir nehmen einen Alter, wo kommen die denn her, warte mal, ich muss das mal checken die kommen von hinten, aus unserer Base holy shit, man die scheinen uns zum laufen, so ganzer Squad so nächster down nice, man oh Alter, ihr wisst, ihr könnt nicht nach... ich glaub, ihr könnt alle nicht nachvollziehen, wie ich hier am schwitzen bin ich glaub, ich zerlege hier grad nen ganzen Squad nachladen nächster down nachladen oh, AK-74, du bist mein Freund na, du kleiner Ami, ha schreist ein bisschen rum grad am abnippeln die machen nämlich, solange sie nicht respawnen, machen die noch so übelste Geräusche ziemlich nice vor uns ich komm noch mehr den hab ich selber braucht den hab ich selber braucht den hab ich selber braucht blöken ich hab eine blöken nicht bewegen ich hör nur Wasser Steps Fuck, Alter Direkt vor mir Alter, dreht der Typ durch Wo ist die Sau? Die Sau ist tot, würde ich sagen Die Sau ist tot Alle, alle rund uns Die sind zu uns Ich habe etwa 6 oder 7 Leute Lass auf der Grund und machen keine Bewegung Wo ist die Sau? Nein Ist es in der Sau? Ich bin der Sau Fuck Alter, warum? Muss ich nicht so weit laufen? Die anderen konnten da... So Leute, ich kenne mich jetzt selber Weil der Weg ist mir zu weit Und shit Ich versuche zu finden Ehm... Ehm... Guck mal Alter Ich bin jetzt so weit laufen Das schaffe ich niemals Da oben ist ein Gegner Ich sehe keinen anderen Ich gehe jetzt voll Okay, ich sehe einen Enem Kontakt South East South East They're coming for us Like 3 of them Ah Hä, ich schieße irgendwo dagegen Was ist das denn für ein Quatsch? Nur weil ich liege, Mann Das ist doch ein Mist, oder? Ich denke, da war ein Fußgott Ich will jetzt echt hier hoppen bleiben Das ist aber scheiße Ja, ich schieße mich Ich bin jetzt auf dem Weg 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 Was nicht so geil ist Was nicht so geil ist Was ich im Erde Jetzt werd ich von irgendwo gepusht Wie geht das denn jetzt schon wieder, Mann Boah, kann man hier nicht mal in Ruhe snipen? Ich werde ihn able to flanken Ich bin da unten in meiner Position so freunde wir sind zurück aber ich habe leider total verrafft dass ich auch einfach in den basen spawnen kann das wusste ich überhaupt nicht so wir sind jetzt im stückpunkt wir werden scharf geschossen da weiß ich nicht ganz genau woher einfach wahrscheinlich von überall dass einer darum gegangen also die sind ja schon hier drin wollte ich habe hier eine snipe am start heilige molly erhöhte position die schweine mal da was erzählt er denn da noch eine schöne stimme ich glaube die sind hier close an der tür einer tot enemies close total crazy raus muss mir überall aufpassen alter erstmal nachladen das teil so freunde wir suchen uns mal geile posi obwohl erhöht wahrscheinlich auch echt gefährlich ich verstehe den immer nicht da habe ich den da habe ich nur gegen solz geballert ist die sind so close schweine right when when you're up when you're up cruel to your north southwest haltet die sind hier schon leute so einfach den Eingang hier zu halten. Okay, die scheinen hier echt drinnen zu sein. Ich bin am Arsch. Kontakt, South-West. South-West jetzt auch noch. Fuck, Alter, die sprengen hier gerade einfach alles. So, am Arsch, Alter. Zwei Eingänge. Zwei Eingang hier. Eingang hier. Spawner, Berlin, auf der Hauptklammer ist, komm, ab. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, 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 das übernehmen die zwei. Wow, der hat auch einen Hit drinnen. East. East, East, East. Fuck, ich muss mich verarzen. Jetzt geh ich hier down. Komm, boy, komm, boy, komm, boy. Wir schaffen das, 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 wir schaffen das. Ich bin geheild. Oh, das ist die Runde vorbei. 12 Kills, und wir haben gewonnen, Alter, wir haben noch gewonnen. Wir haben das Ding komplett gedreht, Alter. Am Anfang sah es echt so, als würden wir verlieren. 12 Kills, 5 Mark, gestorben. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oh Gott, ich rand back to base to get the fucking Vodka. Nice. The fucking Vodka. Nice round, guys. Amazing, Leute. Ey, wenn's euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch, Daumen runter. Und wir sehen uns im nächsten Match. Schaut da rein, Freunde.